Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Total War Rome 2 Online-Battle von mir, diesmal mit den Athenern. In den letzten Folgen haben wir einige schöne Schlachten mit mir gesehen und ich dachte mir in Folge meines Aufbaukurses wieder zum alten Stand zu kommen, dürfte eine Schlacht mit den Athenern natürlich auf gar keinen Fall fehlen und deswegen hier habt ihr sie, Athen gegen Kartago mit meinem Athener-Bild und ich freue mich darauf, das euch zeigen zu können. Fangen wir erstmal damit an, was mein Athener-Bild ist und woraus es besteht. Es besteht aus einmal Leinenpanzer-Blieden, mein General und ganze 6x Leinenpanzer-Schwertkämpfer. Drei zu jeder Seite. Dann habe ich noch einmal Bogenschützen mit dabei und ganze 4x Speerträger. Dann habe ich noch mit dabei insgesamt 4x Toureos-Sperre und einmal Pekingiere, die dann wie folgt angereizt sind. Toureos-Sperre, Pekingiere, Toureos-Sperre, Toureos-Sperre, Pekingiere, Toureos-Sperre. Dann habe ich noch mit dabei 2x die Lanzen-Hippeis. Also im Groben ist es eigentlich alles ein Schachbrettmuster. Wie genau das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich nochmal, nachdem ich die Kartagische Armee vorgestellt habe, denn die besteht aus sehr vielen Linien. Darunter sind insgesamt 4x späte libysche Hobliten, die wir hier sehen können, als Mietschild. Dann daneben an den Flanken jeweils einmal späte katharische Hobliten. In seinem Fall dahinter noch einmal iberische Söldner-Schwertkämpfer auf seiner linken Flanke, auf seiner rechten Flanke auch noch einmal. Da hat er noch zweimal Söldner der italischen Schwertkämpfe mit dabei. Dann jeweils einmal Adelskavaliere auf jeder Flanke. Sein General steht auf seiner linken. Da hat er noch dreimal kretische Söldner-Bogenschützen mit dabei. Zweimal iberische Söldner-Schwertkämpfer im Zentrum, zweimal Adelskämpfer, also Söldner der Adelskämpfer in der dritten Reihe, vierten Reihe kann man sagen, ja. Und dahinter noch einmal Söldner der italischen Schwertkämpfe. Also halten wir fest, sehr viele Schwertkämpfe. Wie ist jetzt der Grundgedanke meiner Taktik? Ich gehe vorwärts drauf los, greife ihn an, habe dadurch meine ersten Reihen, die bereitstehen, um die Schlacht zu starten. Die gehen in den Angriff rein. Dadurch werden diese Lücken hier weiterhin noch gehalten. Durch diese Lücken hindurch versuche ich meine Pekiniere durchzuschicken, um die dann hinten rein zu jagen in den Rücken. Etwa so eigentlich kann man sich vorstellen. Wenn das nicht klappt, kann auch meine Kavallerie immer noch hier durchmarschieren, um direkt im Rücken zu sein. Meine Terroristsperrer decken meinen Rücken selber, um zu verhindern, dass ich umlaufen werde und mir in den Rücken gefallen wird. Meine Sperrkämpfer vongehen entweder als Mietschild oder sollen feindliche Fernkämpfer belästigen. Mehr eigentlich nicht. So war der Grundgedanke und so läuft das Ganze auch ab. Deswegen sehen wir jetzt auch hier, wie ich hier schön vormarschiere. Natürlich will ich wie immer nicht wirklich viel Zeit verplempern. Auf Aggressivität setze ich natürlich dann eigentlich schon immer. Ist so einer meiner Grundvoraussetzungen, kann man sagen. Denn ich lasse nichts lange anbrennen und ich möchte auch einfach meinen Gegnern die Zeit nehmen zu agieren. Gut, sein Bild ist unheimlich kompliziert aufgebaut. Wir sehen auch keine große Struktur, wenn wir von oben rauf schauen. Grundgedanke ja, aber wenig Struktur sonst so. Und wie soll ich sagen, sie erinnert mich so, jetzt von oben rauf und schaut ein bisschen an die Schlachttaktik von Kanne eh. Aber gut. Auf jeden Fall sehr schwertkampflastig und wahrscheinlich eine feste Gruppierung, was ein Micromanagement ihm mal eben ermöglicht von einem, ja, wie soll ich sagen, von einem Stock. Denn wesentlich besser kann man mit dem Stock auch nicht umgehen. Nein. Wie soll ich sagen, er kann einfach damit nicht arbeiten, wenn er alles gruppiert. Das ist so ein ganz elementares Problem. Das ist bei mir jetzt nicht so. Meine erste Reihe ist festgruppiert. Das liegt daran, dass ich diese Formation halten will. Und meine vierte Reihe, also meine Pikiniere und Torea Spirala, dass ich diese Formation auch halten kann. Ach, tut mir leid, Leute. Ich bin gerade so ein bisschen. Gut. Der Rest ist alles bei mir freigruppiert. Normalerweise mache ich das eigentlich auch immer, freizugruppieren, dass ich die Einheiten neu ziehen kann und keine feste Formation halten muss. Das ist jetzt hier halt bei diesem Bild mal anders, weil das einfach so dann wesentlich besser funktioniert. Ja, ich gehe direkt drauf los. Sehen wir. Lass mich jetzt anfackeln. Jetzt wird gleich mein General fokussiert hier drüben. Wir sehen uns auch gleich von seinen Bogenschützen hier. Wir stehen bereit. Ich würde mich gerade. Ist hier wieder keine Musik an? Ja, wie immer. Keine Musik. Typisch. Typisch Cornelius. Jetzt ist sie wieder schön an. Das ist auch schön. Da sieht man jetzt das Feuer, was sich hier drauf konzentriert auf mein General. Natürlich würde mir das ordentlich wehtun, da seine kretischen Bogenschütze Geschossschaden von 40 haben. Schnelles Nachladen. Und dann ja mal ultra heftig hier loslegen. Wir sehen es ja. Zwei Salver habt ihr schon abgekommen. Jetzt kommt die dritte Salver. Und da habe ich schon mal eben elf Mann verloren. Das ist nicht gerade schön. Jetzt kommt die nächste Salver. Aber ich habe jetzt schon 30 verloren. Also es ist schon heftig. Jetzt kommt noch eine Salve. Die vierte. Die vierte, fünfte meine ich. Jetzt bin ich bei 120 mittlerweile schon. Also es ist schon heftig. Mein Schwertkämpfer ist jetzt auch erfolgreich in Charge gekommen. Habe ich in den Schildbau aktiviert, um in den Nahkampf zu gehen. Hier drüben habe ich so ein bisschen gepennt. Da habe ich den Charge nicht mehr genommen. Habe ein bisschen zu früh in den Schildbau aktiviert. Aber gut. Hier drin sind ganz schöne Lücken gebildet, die wir jetzt hier gerade sehen können. Hier, da. Da versuche ich meine Toruerspeere da breit zu halten, um die Lücken zu füllen. Für den Ernstfall. Ähnliches Spiel hier drüben muss ich meine Toruerspeere sogar dazu schicken, um in den Nahkampf zu gehen, damit hier drüben nichts passiert. Ähnliches Spiel hier. Die Kavallerie muss ja aufgehalten werden. Wenn sie aber weg ist, dann habe ich keine Sorgen mehr. Da ich auch weiß, dass meine Kavallerie minimal besser ist als seine, kann ich da eigentlich ganz getrost auch einchargen. Meine Pekingiere versuche ich jetzt hier durch die Lücken zu bewegen. Da drüben kommen jetzt gerade seine Säule der Adelskämpfer. Da passt es natürlich ganz gut, dass ich mit meinen Pekingieren hier schon direkt frontal darauf stehen kann. Ähnliches Spiel auch hier drüben auf der Flanke. Auch seine Adelskämpfer, die mir hier gegenüberstehen. Also im Endeffekt haben wir uns da schön gegenseitig gekontert. Ich charge hier jetzt bewusst nicht rein, weil ich weiß, dass meine Schwerkämpfer den Kampf locker verlieren können. Und im Fährkampf total will ich den iberischen Säuleinerschwertkämpfern einfach überlegen. Deswegen schieße ich sie nieder, bis meine Munition leer ist und geht dann erst rein. Denn ich habe hier noch 160 Mann, er hat jetzt nur noch 106 Mann. Das ist schon ein krasser Unterschied. Meine Fernkämpfer stehen auch noch bereit. Die sollen sich aber mit dem Feuer mehr auf die Fernkämpfer konzentrieren, die endlich wechseln hier. Diese Schweine. Meine Pekingiere halten hier erstmal noch ganz gut auf. Schön ist es nicht so. Es könnte besser laufen, aber es ist halt anfangs brauchen die erstmal ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Aber ist okay. Hier drüben konnte ich sein General schön abschirmen. Schicke meine Landstupeisen daher, mache die fertig. Meine Toruersperre rette mich eigentlich vor seinen Schwertkämpfern. Unser General ist eigentlich dem Tode geweiht. Und als ich mit vielen Verlusten leben musste, sehe, eigentlich ähnliches Spiel auf der Flank hier. Nur, dass hier meine Kavallerie-Seine direkt kämpft und dass es ziemlich eng ist. Es entscheidet sich erst relativ spät. Das ist aber normal bei den beiden, weil die von den Grundstatistiken her sehr ähnlich sind. Meine aber doch minimal besser. Warum die Moral von denen, die so stark abgesagt ist, sehen wir gerade, weil der General gestorben ist. Aber sonst ist ja eigentlich keine schlechte Situation zu vernehmen. Da sehen wir es auch, der General ist gleich weg. Hier drüben kommen die Sperrkämpfer jetzt mit den Schwertkämpfern in Kontakt. Ich ziehe meinen Trupp Kavallerie so schnell wie möglich raus, um wenig Verluste einzustecken. Und hier drüben kämpfen meine Pekingäre noch fleißig gegen die Adelskämpfer weiter. Ja, ausziehen tut sie dann trotzdem noch irgendwann. Er hat es ja doch noch gemerkt. Aber ich bin ganz zufrieden. Meine Linie hält sich wirklich wacker, obwohl sie zahlenmäßig total unterlegen ist. Und die Einheiten, die er dort hat, sind auch nicht gerade ohne. Deswegen bin ich da alles in allem eigentlich sehr zufrieden. Meine Kavallerie scheint das Ding an den Flanken zu gewinnen. Meine Fernkämpfe rocken hier noch weiter runter. Die kreterischen Bogenschützen sind hier drüben auch schon geflohen. Die hier drüben werden jetzt im Nahkampf fertig gemacht. Und der Trupp hier hinten ist auch schon geflohen. Da sehen wir ihn. Also ganz so gut lief es für ihn jetzt hier nicht. Und hier ist der letzte lebende Trupp, der jetzt einfach im Nahkampf ausgeschaltet wird. Mein General hat übelste Verluste hinnehmen müssen. Wir sehen es ja schon. Also der hat richtig viele Let-Points vollbekommen und ist halt auch kurz vor dem Tod. Und das werden wir auch gleich sehen, leider. Leider, leider. Aber nicht schlimm. Jetzt ist er gerade eben gestorben noch im letzten Moment. Das ist dann schon ziemlich ärgerlich. Aber gut. Das hat jetzt natürlich die Moral von meinen Toreos-Sperren richtig runtergerockt. Ja, verliert die laufende Schlacht, kommt mal dazu. Mein General ist zum Rücken drin. Der hat auch noch eine extrem schlechte Moral. Jetzt auf einmal, das ist halt extrem scheiße. Die Toreos-Sperre sind aber auch gleich bereit. Die Bogenschützen fliehen auch gleich. Jetzt kann ich den Trupp da hinten reinjagen. Meine Sperrträger unterstützen den Kampf jetzt hier noch. Versuchen sich überwiegend auf die iberischen Säunderschnittkämpfer zu konzentrieren. Und meine Kavallerie hat jetzt den Kampf hier drüben auch endlich gewonnen. Und hier drüben mittlerweile schon wieder so viele Leute verloren durch den Charge hier rein. Das ist wieder ziemlich ankotzt, aber okay. Auf jeden Fall alles in allem. Eine ziemlich knappe Situation noch. Also da, wo man durchbricht mit extremsten Verlusten und das, was halt nicht von mir verkackt hat und noch kämpft, das würde den Kampf wahrscheinlich sogar noch verkacken. Wir sehen es hier drüben mit Sliver und Pikandieren, die jetzt hier geschlachtet wurden. Meine Sperrträger können natürlich hier nochmal richtig Schaden anstellen. Meine Kavallerie chargt hier immer nochmal ein bisschen die italischen Schwertkämpfer rein. Was sich auch nochmal richtig runterjockt, was auch nochmal gut für mich ist im Endeffekt. Wir sehen, die italischen Schwertkämpfer sind sogar gerade geflohen. Also, da kann die Kavallerie von mir immer noch ein bisschen was machen hier. Aber die ist schon wirklich ziemlich stark angeschwächt. Hier drüben nochmal die lebeischen Blinden ein bisschen weg, dann ist das auch kein Problem. Die katarischen hier auch. Und dann sieht man halt, dass ich den Bereich hier schon gewonnen habe, während der hier hinten noch ziemlich eng ist und noch schief laufen kann. Wir sehen auch hier drüben noch einen Trupp ganz weit abgeschlagen, der immer noch kämpft. Aber okay, so ist das Leben nun mal. Jetzt geht es hier drüben noch los. Auf die katarischen Blinden wollte ich jetzt hier sandwichen, aber naja. Er zieht noch raus, ist aber nicht schlimm. Trotzdem hast du hier nochmal ein paar Leute killen können. Das fand ich schon super von dir. Und hier haben wir jetzt den Kampf gewonnen. Jetzt rückt alles in die Richtung hier. Hier ist der einzige Trip, der mit dem Rücken fallen kann. Aber er hat seinen, warum auch immer, abgezogen. Und ich konnte jetzt meine Toreasperren rausziehen, um die noch zu retten, um da weniger Verluste hinnehmen zu müssen. Das war schon eine ziemlich gute Idee. Hier drüben wurde meine Kavallerie von dem Pilar natürlich erwischt und übelst beschädigt. Dasselbe Spiel läuft auch hier hinten noch immer. Also ich habe eine sehr, sehr stark angeschlagene Kavallerie, die aber schon viel geschafft hat. Im Nahkampf überlebt hat und den Kampf jetzt hier auch noch gewinnen wird zum Teil. Hier drüben sehen wir jetzt lauter günstige Schwertkämpfer, die jetzt hier meine Schwertkämpfer umzingeln. Auch hier nochmal die katarischen Obliten. Also Masse auf jeden Fall. Auch nicht schlechte Masse. Und die ist hier natürlich ordentlich drin. Meine Fernkämpfer können jetzt hier noch ein bisschen helfen. Meine Bogenschütze machen noch ein bisschen Kills. Ich versuche meine Kavallerie noch einzubringen. Wir sehen, da wanken schon die Truppen vereinzelt. Der flieht schon, der wankt. Jetzt halte ich hier drüben noch Feuer ein, um hier drüben noch eventuell den zum Fliegen zu bewegen. Dadurch, dass der jetzt nicht mehr abzügelt wird, ist es schon mal ein gutes Szenario für mich. Der flieht jetzt auch noch. Und jetzt sind wir noch zwei Truppen davon, vier gerade eben noch. Und die fliehen mit ziemlich beachtlichen Zahlen noch. Der Trupp hier hinten lebt leider noch. Der wird noch mal rausgezogen. Das ist ein 3 zu 1 Kampf. Puh, kann man sagen. Hier drüben kämpfen jetzt seine Adelskämpfer gegen meine Schwertkämpfer. Meine Kavallerie konnte ich mal reincharge und ein bisschen Schaden veranstalten, was gut für mich ist. Meine Pekingiere kämpfe jetzt hier drüben von Tal. Weil ich dort die Phalanx ausgeschaltet habe, habe ich natürlich da einen kleinen Nachteil rausgezogen. Ich wollte da ein bisschen mobiler sein. Und es hat mir eigentlich sogar ein ganz eigenes Fleisch gestanden, weil ich es vergessen habe, wieder einzuschalten. Aber nachdem die Phalanx wieder an war, lief es dann auch wieder. Kavallerie charge ich auch nochmal rein, ist aber gleich tot. Da ist das Ding dann verloren von der Truppe hier. 170 Kills haben sie trotzdem noch gemacht. Das ist eine beachtliche Zahl, wo ich noch ganz zufrieden bin. Und hier drüben sehen wir jetzt den anderen Teil meiner Kavallerie noch übrig geblieben ist. Die Schwertkämpfer wurden jetzt hier vernichtet. Ich versuche jetzt hier die restlichen Infanteristen, um zu umzingeln. Ich muss aber auf seine Schwertkämpfer hier hinten aufpassen, die mir gefährlich werden können. Deswegen habe ich meine Pekingiere zurückgehalten, weil die am besten sowas aufhalten können. Im Prinzip, am Endeffekt läuft es jetzt hier auch von der Unzingelung hinaus. Mein Tod wurde sogar auch noch umzingelt von seinen iberischen Schwertkämpfern. Deswegen schicke ich meine Bogenschützen jetzt nach hier drüben. Und versuche die so aufzustellen, dass sie hier seine iberischen Schwertkämpfern wieder erschießen können. Denn wenn die tot sind, dann habe ich das Ding gewonnen und dann habe ich den komplett umzingelt. Hier drüben nochmal reingechargt in seine Schwertkämpfer, um die noch ein bisschen zu schwächen. Der war vorher noch bei niedriger 80, jetzt ist er bei niedriger 70 bis sogar 60 schon fast. Das hilft mir jetzt hier nochmal ein wenig. Meine Kavallerie hat immer noch riesen Verluste einstecken müssen. Bitter, bitter. Aber dadurch, dass ich jetzt hier drüben abkapseln kann, geht es jetzt hier langsam in die Vollen. Die Adelskämpfer verlieren hier nochmal ordentlich meine durch den Charge meiner Leidenplatzschwertkämpfer. Jetzt wird der hier drüben ordentlich mal umzingelt. Die Bogenschütze schießen auf die iberischen Schwertkämpfer. Also es ist wirklich ein knappes Ding. Ich versuche meine Kavallerie hier drüben abzuwehren und lasse meine Pekingiere in Ruhe. Gleich kann ich jetzt hier sehen, ruhig den Rücken angreifen, was ich gut finde. Hier drüben seine Schwertkämpfer sind jetzt weg. Geil. Jetzt umdrehen sofort in die nächsten Adelskämpfer rein. Die katharischen Obriten hier drüben sind auch kein Problem mehr. Meine Pekingiere kann ich jetzt hier zurückhalten. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass der italische Schwertkämpfer mir gefährlich werden. Der Eintrub Adelskämpfer ist schon geflohen. Der zweite Trupp ist auch gleich dran. Und dann ist das Ding auch geworden. Hier drüben sind auch die katharischen Obriten, die auch gerade weg sind. Meine Truppe wird sich jetzt hier mit der Mitte zu. Hier drüben die Schwertkämpfer wanken auch schon. Also es ist ein echt, echt knappes Teil. Hier drüben seine italischen Schwertkämpfer wanken auch. Fliehen jetzt mittlerweile. Also das ist ein wirklich sehr knappes Ding geworden. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Wir sehen jetzt auch, dass die Einheiten, die am besten davon profitieren konnten, waren meine Kavallerie in diesem Spiel. Oft haben wir das bei diesem Bild noch nicht erlebt. Aber schön, dass sowas auch mal funktioniert. Und meine Schwertkämpfer haben auch ganz schön austeilen können. Und ein Toreos-Sperr mit 291 Kills sogar. Nichts im Vergleich zu seinen Adelskämpfern, die 300 Kills haben. Das ist schon ordentlich. Der hat da mit denen wahrscheinlich wesentlich mehr gekillt als ich. Aber gut. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Das ist das, was ich damit eigentlich noch sagen wollte. Ich hoffe, euch hat die Online-Schlacht heute gefallen. Und falls ihr Interesse an mehr habt, dann schaut doch mal vorbei auf meinem Kanal. Immer montags bis Donnerstag, 16 Uhr kommen neue Online-Schlachten. Und falls ihr was Neues dazu lernen wollt, dann kann ich euch nur meine Nations Guides empfehlen, die immer samstags und sonntags um 16 Uhr kommen. Und da könnt ihr auch mal ruhig jetzt draufklicken. Die sind immerhin in der Endcard vertreten. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen, falls euch dieses Video gefallen hat, damit ich weiß, was euch gefällt. Kommentare sind mir wichtig, denn ich möchte meine Videos verbessern. Das geht nur, wenn ihr mir sagt, was euch nicht gefällt. Also rein damit. Und Livestreams auf Twitch mache ich auch immer montags um 19.30 Uhr. Total War Arena oder auch andere Total War Teile. Also mal reinschauen, dann können wir zusammen ein bisschen daddeln. Facebook und Twitter habe ich auch. Und die NSA schaut da gelegentlich rein, um mein Privatleben ein bisschen abzuschecken. Das könnt ihr auch tun. Also sehen wir uns vielleicht da. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.